Ich war ja gestern noch mit im Hospiz und ja, heute habe ich halt erfahren, dass heute noch der Patient auch schon verstorben ist. Und ich habe privat gerade wirklich, wirklich eine Situation, die mir so auf den Magen schlägt. Ich weiß, das Video fängt super dramatisch an. Keine Sorge, so bleibt es nicht. Und es ging mir auch am nächsten Tag schon wieder gut. Es ist gerade nicht so einfach, aber ich versuche trotzdem das Beste irgendwie draus zu machen. Und ich werde jetzt gleich erstmal in die Heimat fahren. Morgen bin ich auf einem Geburtstag und dann geht es Montag weiter mit meiner zweiten Woche. Trotzdem war der Dienst heute echt ganz gut. Ja, das wird mich heute vielleicht noch ein bisschen beschäftigen. Aber das darf es ja auch, finde ich. So, liebe Lea, ich zeige dir jetzt mal, wie das richtig geht. Wie kannst du das mit einem Löffel schneiden? Guten Morgen. Es beginnt meine zweite Woche im Blockpraktikum. Es ist 7.50 Uhr und ich werde jetzt losfahren, weil ich meistens eine Viertelstunde eher da bin, weil wir dann noch einen Kaffee trinken und ein bisschen quatschen. Genau. Und heute werde ich einen neuen Arzt kennenlernen. Der war letzte Woche noch im Urlaub und der wird jetzt mein neuer Ansprechpartner sein. Genau. Ich bin mal gespannt. Ja, aber ansonsten freue ich mich total. Ich glaube, das wird genauso cool wie letzte Woche. Ja, und ich hoffe, dass ich noch viel lernen kann. Hi, es ist jetzt Montag und ich beginne gerade meine zweite Woche im Blockpraktikum Allgemeinmedizin auf dem Land. Ja, ich mache bei dieser Landpartie mit. Das bedeutet, ich bin nicht in Hannover in der Stadt in einer Hausarztpraxis, sondern ich bin irgendwo außerhalb hinzugewüffelt worden und habe hier meine Unterkunft zur Verfügung bekommen. Ja, die erste Woche war ziemlich cool. Ich habe schon einen ersten Teil gedreht, da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Das ist der zweite Teil und hier wird es sich dann um die zweite Woche drehen. Ja, heute habe ich doch noch nicht den Arzt kennengelernt, der jetzt mein neuer Ansprechpartner ist. Den werde ich morgen erst kennenlernen. Dementsprechend war ich heute mit den Ärzten mit, die ich bereits kenne und das war wieder sehr cool. Heute durfte ich viel alleine mit den Patienten sprechen. Also es war so, dass der Arzt die Patienten zu mir ins Zimmer geschickt hat und ich schon mal das Anamnese-Gespräch geführt habe. Der Arzt ist dann irgendwann dazu gekommen. Ja, und das haben wir heute ein paar Mal so gemacht und das war ziemlich cool. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Und es ist auch wirklich eine Übungssache und je öfter man das macht, desto sicherer wird man. Und das ist natürlich auch ein bisschen tagesformabhängig, aber mir hat das echt viel Spaß gemacht. Heute war mein Highlight, dass ich einer Patientin die Laborwerte übermitteln durfte. Und ich weiß, das hört sich gar nicht nach so einer großen Sache an, aber das ist eigentlich eine Sache, die man halt als Student, als Studentin wirklich mit Vorsicht genießen muss. Weil sowas ja eigentlich ein Arzt machen muss. Ich fand es sehr schön, dass der Arzt mir das auch anvertraut hat, dass ich das mache. Ich meine, das war jetzt auch keine so wahnsinnig komplizierte Aufgabe, aber es ist einfach irgendwie so die Tatsache, dass das eigentlich eine rein ärztliche Aufgabe ist, glaube ich, die mich da so umhaut. Ich habe das noch nie gemacht vorher und das hat mich so happy gemacht. Ja, und so kleine Momente muss man einfach festhalten. Ja, ich werde jetzt gleich zum Balletttraining fahren und morgen, ja, hoffentlich mit guter Laune wieder in den Tag starten. Ich kann euch das sowas voll empfehlen, bei der Landpartie mitzumachen. Also wenn ihr das noch vor euch habt, das Blockpraktikum Allgemeinen Medizin macht es. Es ist so cool, es macht so viel Spaß. Und ich habe das jetzt auch schon von einer anderen Freundin gehört, die auch die Landpartie mitmacht, dass die auch zu 100% zufrieden ist und dass die Ärzte alle so engagiert sind und so viel Lust haben, einem auch was zu zeigen und beizubringen. Also meinerseits eine Riesenempfehlung auf jeden Fall. Hi, es ist jetzt Dienstag und ich hatte gerade schon meine Frühschicht. Also ich habe immer von morgens 8 Uhr bis 12 Uhr Schicht und dann eventuell von 15 bis 18 Uhr, je nachdem. Gestern zum Beispiel bin ich dann nachmittags zum Ballett gefahren, da war ich nicht in der Schicht. Heute fahre ich wieder hin, nachmittags. Ich esse jetzt gerade erstmal was und werde, glaube ich, ein bisschen mein Video schneiden oder so. Ich kann leider jetzt keinen Sport machen, weil ich heute in der Praxis gegen Grippe geimpft wurde. Gott sei Dank habe ich endlich diese Impfung, weil jedes Jahr, wenn die Grippeimpfung ansteht, werde ich krank. Das ist nicht so schön. Aber ja, dann als ich gesund geworden bin, dachte ich mir so, dieses Jahr nehme ich die Impfung trotzdem noch mit und jetzt habe ich sie gerade bekommen. Hoffentlich werde ich keine starken Impfreaktionen haben. Drückt mir die Daumen. Genau, das wäre nämlich wirklich schade, weil ich morgen mich mit einer Freundin treffe und wir wollen ins Pfannkuchenhaus gehen. Mega geil. Und da wäre ich schon sehr traurig, wenn das nicht geht. Und natürlich wäre ich traurig, wenn ich nicht so schicht kann. Ja, ich habe heute den anderen Arzt kennengelernt. Auch super, super nett. Der hat mich dann heute auch mitgenommen. Und es waren wirklich spannende Fälle. Das waren halt so Patientenfälle, wo ich nicht auf den ersten Blick so gedacht hätte, was die haben. Oder wo ich wirklich, wenn ich da alleine gewesen wäre, Schwierigkeiten gehabt hätte, herauszufinden, was jetzt so die Ursache ist. Und das finde ich immer dann sehr spannend zu sehen, was der Arzt dann so macht. Und er hat das super gut gelöst, finde ich. Und habe ich mir dann mitgeschrieben. Und ja, das ist cool, weil so halt der Wissenszuwachs irgendwo am größten ist. Wenn man halt einen Patienten hat, wo man gar nicht weiß, was man da machen soll. Und dann halt ein Beispiel hat, was man dann machen kann. Das ist immer ganz super. Ja, ich werde jetzt mein Essen genießen und später wieder in die Schicht gehen. Bis dann. Ich werde gleich wahnsinnig. Oh mein Gott, ich habe fast die 1000 geknackt. Ich kann es nicht fassen. Jetzt filmt er. Wenn ich angeschlossen habe, habe ich wieder 999 geknackt. Ich lache mich so tot. Oder ich weine. Ich weiß es nicht. Hör auf! Habe ich dich überhaupt abonniert? Wir feiern jetzt meine 1000 Abonnenten! Ich sehe, dass es keine Ruhe ist. Ich trinke jeden Schweiß. Aber ich muss jetzt noch keine Dankesrede halten, oder? Doch, natürlich. Ich erwarte eine Dankesrede. Danke für euren Support. Über wie viele Jahre machst du das schon? Eins. Ich glaube, ich habe letztes Jahr im Juli oder so eingefangen. Danke für über 365 Tage mit euch. Ich halte keine Dankesrede. Ich werde nämlich... Das ist eine als die Dankesrede. Ja, okay. Die hast du gehalten. Aber ich nicht. Aber ich habe geplant, ein bestimmtes oder mehrere Videos zu drehen. Eine Videoreihe. So als Special sozusagen. Aber darüber rede ich jetzt doch nicht. Da du es noch nicht geplant hast. Doch, habe ich. Aber ich möchte ja die Spannung aufrechterhalten. Genau, seht ihr beim ersten Video. Kassel-Tuch, kassel-Tuch. Auf die tausend Abonnenten. Auf tausend Abonnenten. Und auf tausend mehr. Du bist durchaus seriöser. Was bin ich? Seriöser. Als? Ich. Oh. Katsch! Hallo. 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 Ich bin hier zusammengekommen, um den tausendsten Abonnenten von Lea Marianne zu... Das bin ich. Ich habe gerade eine Mittagspause und werde jetzt joggen gehen. Und heute durfte ich ein Sono anbieten. alleine machen. Also ich durfte auch alleine mit der Patientin in den Raum gehen und einen Ultraschall machen. Und ja, dann später ist der Arzt dazu gekommen, hat das auch nochmal kurz gemacht, um zu überprüfen. Aber fand ich cool, dass ich das erstmal alleine machen durfte. Und dass ich erstmal auch alleine mit der Patientin in den Raum geschickt wurde. Das war schon cool. Ansonsten durfte ich heute wieder ein paar Gespräche führen. Auch wieder die ersten paar Minuten alleine. Dann ist der Arzt dazu gekommen. Irgendwie hatte ich heute das Gefühl, dass ich relativ viel selbstständig machen durfte. Und das war echt cool. Voll viel Spaß gemacht. Dazu hatten wir noch einen Hausbesuch. Der war sehr heftig für mich, emotional. Aber da möchte ich nicht drauf eingehen. War trotzdem ein sehr guter Tag. Und jetzt werde ich gleich mit einer Freundin, die auch die Landpartie mitmacht. Also das Backpraktikum Allgemeine Medizin auf dem Land. Mit der werde ich sofort ins Pfannkuchenhaus gehen. Ich war noch nie in einem Pfannkuchenhaus. Das ist bestimmt cool. Ach ja. Meine Nichte hat heute das allererste Mal Lea zu mir gesagt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr das gerade meinen Tag füllt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, mit wie viel Liebe mich das gerade füllt. Also wirklich, mir lief die Pisse runter, weil ich das so süß fand. Musste ich kurz erzählen, weil made my day wirklich. Wir haben jetzt glutenfreie Cookies gebacken. Und die sehen einfach so geil aus. Ich hätte nicht gedacht, dass die so gut aufgehen. Und wir backen nachher noch die nächsten. Das ist auch niederrück geworden. Hi, mittlerweile bin ich wieder in Hannover in meiner Wohnung zurück. Mein Blog-Praktikum Allgemeine Medizin ist jetzt vorbei. Und ich gehe mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge da weg. Weil es mir so gut gefallen hat. Ich bin total begeistert. Und ich bin so dankbar dafür, dass mir so viel gezeigt wurde. Dass mir so viel auch anvertraut wurde. Und dass es alles so herzlich vor sich ging. Das ist nicht selbstverständlich. Am liebsten hätte ich sofort da angefangen zu arbeiten. Ich wäre am liebsten sofort da geblieben. Leider fehlt mir die Approbation. Muss ich nochmal so zwei oder zweieinhalb Jahre warten. Bis ich, ähm, ja, Ärztin bin. Aber echt, wirklich am liebsten wäre ich da geblieben. Das war so cool. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe eigentlich nicht mehr viel Neues erlebt, als das, was ich erzählt habe die letzten Tage. Außer, dass ich mit in der Infektsprechstunde war. Die haben das jetzt so gemacht, dass die die Infektsprechstunde so ein bisschen abgekapselt haben von den ursprünglichen Terminen. Wegen, ja, Corona und anderen Infektionen halt. Weil das Risiko der Ansteckung einfach sonst zu groß ist. Und es war dann in einem separaten Raum, wo dann die Leute praktisch von draußen reinkommen konnten. Ja, und da habe ich dann Absteche genommen, abgehört, in den Rachen geschaut und halt so typische Sachen gemacht, Fieber gemessen, was man halt bei einem Infekt so macht. Ja, das war aber eigentlich auch mal ganz cool zu sehen. Genau, ansonsten war ich nochmal mit bei Hausbesuchungen. Das hat auch Spaß gemacht. Da durfte ich dann impfen. Ich durfte einmal Fäden ziehen. Nach einer Operation. Genau, das fand ich auch cool, weil ich das vorher auch noch nie gemacht habe. Macht Spaß. Ich hoffe, dass ich da nochmal hinkomme. Mir wurde auch angeboten, zu einer Formulatur nochmal zu kommen. Würde ich liebend gerne machen. Da müsste ich mir bei ein Airbnb suchen, rechtzeitig. Mal schauen, mal gucken. Ja, jedenfalls kann ich das wirklich jedem ans Herz legen, sich meine Haushaltspraxis auf dem Land anzuschauen. Natürlich ist da jede Praxis individuell, aber ich habe ein richtig tolles Positivbeispiel gesehen. Auch, dass es super laufen kann mit der Organisation. Also mein riesen Respekt wirklich an die Praxis, an das Team, dass sie das so super hinbekommen. Ja, das hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe super viel gelernt. Ich habe mir so viel mitgeschrieben in meinem kleinen Heftchen. Ich habe auch eine super gute Bewertung bekommen. Dafür bin ich auch ganz dankbar. Ja, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich eine Woche frei, beziehungsweise schreibe ich nächste Woche eine Klausur, die ich geschoben habe, nämlich Human Genetic 2. Aber das ist nicht so eine große Klausur. Ich schätze, das würde ich hinbekommen. Und übernächste Woche habe ich dann, glaube ich, Chirurgie oder so. Aber dazu kommt, glaube ich, ein separates Video. Ja, wenn du bis hierhin zugeschaut hast, danke schön und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.